Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Es wurde Patch 1.1.3 announced. Wie immer wird da natürlich auch unten in der Videobeschreibung stehen, wenn ihr das selber einmal nachlesen wollt. Viel Neues gab es nicht, aber extreme Änderungen zur Crowd Control und sehr viele Bugfixes, wo eine sehr interessant ist. Ich würde sagen, wir gehen direkt mal rein. Ich habe mir die hier mal aufgemacht. Und es gibt zwei, drei Sachen, die relativ interessant sind. Allgemein muss man sagen, die ganze Crowd Control Sache ist natürlich eine sehr gute Sache, die vor allen Dingen Magier, Jäger und teilweise Necromancer ein bisschen bufft. Weil die hatten ja extreme Probleme mit der Crowd Control Sache. Vor allen Dingen das hier hat mich extrem gefreut. Ihr kennt das bestimmt, manche Gegner machen so einen Kreis mit einer Feuerexplosion und dann kommt Feuer außen raus. Und das macht 20% weniger Schaden in Zukunft. Diese Explosion hat mein Magier immer gewone-hitted. Wird es dann in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr geben. Allgemein, hatte ich ja schon gesagt, gibt es ganz viel Crowd Control. Vor allen Dingen, dass das nicht so oft hintereinander passieren kann. Weniger Zeit hintereinander. Und dass verschiedene Monster eine weniger hohe Chance haben. Vor allen Dingen, ihr seht das hier oben in Klammern. Die Ghost Archers haben jetzt nicht mehr die Möglichkeit, das mit jedem einzelnen Hit zu machen. Deswegen auf jeden Fall gute Änderungen zur Crowd Control. Das war wirklich in der höheren Weltstufe, Weltstufe 4 in den Nightmare Dungeons. Ab und zu pain, wenn man da andauernd gefrostet oder andauernd gestunt ist. Deswegen sehr gute Änderungen, was das betrifft. Außerdem werden Affixes jetzt auf Items vernünftig dargestellt. Das bedeutet, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel einen Helm habt, dann werdet ihr von oben bis unten immer die gleiche Reihenfolge haben. Also als Beispiel, vielleicht wird in Zukunft ganz oben immer die Abklingzeit sein. Darunter Max Life. Darunter irgendwas anderes. Sodass, wenn ihr das dann vergleicht, ihr direkt das miteinander auf einer Ebene sehen könnt. Und nicht das eine ist da, das andere ist da, das eine ist da, das andere ist da. Es wird also immer sortiert sein. Ist eine kleine Änderung, die ein bisschen Quality of Life mit sich bringt. Ist jetzt nichts, wonach ich persönlich gefragt habe. Weil ich gucke sowieso immer auf diese roten Sachen. Das heißt, wenn ich schon ein perfektes Item habe, dann gucke ich nur, hat das Item, was ich da beobachte, das auch. Wenn nicht, mache ich das direkt weg und gucke mir das gar nicht weiter an. Das war es eigentlich schon mit den besonderen Änderungen. Dann gab es natürlich wieder eine richtig große Batterie an Bugfixes. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die mir gar nicht so bekannt war. Und zwar ist Varshan ja ein Boss in der Season. Und es war so, dass Varshan nicht zu 100% ein Legendary Drop hatte. Das wurde ja eingeführt mit dem letzten 1-1-1 oder 1-1-0. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Das verschwimmt auch alles, die ganzen Patches, die da rauskommen. Auf jeden Fall war es ja so, dass Bosse ab Level 35 und Goblins ab Level 15 zu 100% einen Legendary Drop haben. Dazu zählte eigentlich auch Varshan. Aber es war so, dass Varshan eben kein 100% Chance hatte, ein Legendary Item zu droppen. Das ist mir selber auch aufgefallen, als wir gegen Varshan gekämpft haben. Aber es war mir gar nicht so bewusst, dass er natürlich eigentlich eine 100% Chance haben sollte, ein Legendary Item droppen zu lassen. Also das ist jetzt auf jeden Fall gefixt und sollte funktionieren. Das heißt, wenn ihr wieder Varshan ran wollt, ich hatte da auch schon mal ein Video zu gemacht. Da gibt es ja 800 plus Items immer. Immer 800er Items. Macht also durchaus Sinn, den ab und zu mal ein bisschen zu farmen. Das ist jetzt auf jeden Fall wieder möglich. Vor allen Dingen, also es war vorher auch schon möglich, aber jetzt auf jeden Fall wieder garantiert der Legendary Drop bei Varshan. Dann noch eine ganz witzige Sache. Habt ihr bestimmt auch schon oft gesehen, wenn ihr aus einer Stadt rauslauft, dass der NPC kein Pferd unter sich hat. Das wurde jetzt auch gefixt. Ja, relativ viele kleine Bugfixes. Könnt ihr euch gerne selber nochmal durchlesen, werde ich euch unten verlinken. Wenn ihr up to date bleiben wollt, auch für die nächsten Patches, wird bestimmt auch nochmal ein Patch kommen, bevor dann Season 2 kommt. Wenn ihr da auch in der Laufzeit sein wollt, würde ich mich sehr über einen Follow freuen, sehr über einen Like auf dem Video und würde sagen, bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.